heute in diesem video zeige ich euch einen pileup glitch auf der karte terminus um eure waffen zu leveln und tarnungen freizuschalten leute ihr müsst erstmal pecker punch freischalten danach holt ihr euch dieses perk damit ihr härter zuschlägt und wenn ihr wie ich ein messer in der hand habt leute merkt euch das ihr müsst dann gleich den schritt den wir machen mit der pistole machen also die pistole rausholen oder deine waffe rausholen und auf die schlagen tasse drücken denn wir müssen jetzt hier ein boot rufen am besten ruft den auch da wo ich ihn rufe dann ist der weg nicht so lang leute ruft das boot hier hin das schlauchboot und jetzt müsst ihr es von unten nach oben boxen also dass sie das aus dem wasser raus box taucht am besten so darunter schlagt so einmal dagegen und dann ist es auch schon um leute jetzt müsst ihr mit den fäusten dagegen schlagen und den nach oben bringen das ganze ist ein bisschen knifflig leute ich würde euch empfehlen falls ein kumpel mit in der lobby habt der soll den letzten zombie halten ich hatte leider gar keinen und habe immer aus versehen den letzten zombie getötet so dass es sich hinausgezögert hat außerdem als kleine info habt ihr hier unten links wo ich gerade stehe auch eine munitions box falls euch da oben die munition ausgehen sollte könnt ihr dann dort munition holen ihr habt hier oben diesen aufzug dessen eingang blockiert ihr mit dem schlauchboot und ihr müsst unbedingt den aufzug auch nach oben rufen weil wenn das hier so geschlossen ist wie bei mir werden euch die zombies gleich alle mit fleisch abwerfen ihr könnt natürlich auch den krawallstarter anmachen damit die runden noch schneller vorbei gehen und die zombies noch schneller spawnen und wenn ihr dann hier drinnen seid leute kann euch eigentlich so gut wie nichts mehr schaden zufügen außer der mangler wenn er mal schießen sollte das passiert auch sehr selten oder halt die parasiten die können euch damage zufügen ab und zu schafft es auch ein zombie hier rüber zu laufen dem ist dann auch schnell umbringen und ihr müsst halt auch immer eure waffen verbessern munition und ich würde euch raten immer am ende der runde ein zombie am leben zu lassen um eure upgrades durchzuführen das war es dann auch schon mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like und schreibt mir die kommentare und wenn du in Zukunft nichts mehr verpassen willst lass jetzt ein kostenloses abo da damit du immer auf den neuesten stand bleibst danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video ciao